So, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Mission. Der Sohn des Königs. Vielleicht können Sie ihn sprechen? Ja, das ist warum ich gekommen bin. Er ist in seiner Tante. Joe, ich warte dir hier. Hallo? Komm in. Mr. Morgan. Ich bin so glücklich, dass du es geschafft hast. Wie geht's dir? Mein Sohn. Mein Sohn ist foolish, aber er ist noch mein Sohn. Ich weiß dein Sohn. Ein bisschen. Er ist sehr wunderschön. Er ist sehr wunderschön. Er ist mir. Wie ist dein Vater? Er ist sehr wunderschön. Er war viel länger als gut für uns. Mein Sohn wahrscheinlich wünscht das gleiche für mich. Ich warte das. Ich will Frieden. Ich brauche meine Leute zu sein. All meine Leben habe ich versucht, Frieden zu bringen. Aber ich liebe meinen Sohn. Er hat ihn für Treason. Treason. Er ist der Hauptsohn von einer wunderschön Nation. Wie kann er mit Treason beurteilen? Die Leute, die meine Leute für 100 Jahre alt sind, das ist Treason. Was soll ich machen? Ich glaube, ich glaube, dass ich keine Chance mit Colonel Favorit habe. Nein. Wir hatten keine Chance. Ihr Freund, Herr Vanderlund, hat mit uns und der Armee verletziert. Die Beziehungen zwischen uns und der Armee sind schlimmer als jeder Punkt in den letzten fünf Jahren. Ich bin sicher, dass er gut bedeutet. Aber die Dinge sind eher komplexe, als er versteht. Ich habe den Schmerzen von Charles zu versuchen. Ich werde den Schmerzen von Charles zu versuchen. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe das gemacht. Ich mache das. Charles! Wo sind Sie? Komm, los, los. Wir müssen den Schmerzen zurück, aber nicht sicher. Ich habe nur die Zeit, wie. Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Ich denke, dass es eine Art ist. Ich finde, dass es eine Art ist. Hey, girl. so i've been scouting the fort the army are patrolling all the main roads and bridges in and out but we can get the horses across the river i found a route that should get us in fairly close if we wait until late enough there's a place we should be able to sneak in around the back okay whatever you think i trust you no guns what did he say? no guns, just knives and arrows, if we start making a lot of noise, he'll be dead before we get caught you know this wouldn't have happened if it wasn't for dutch it ain't just on dutch, we all went along with it he saw eagle flies burned hot and he fanned the flames he's not helping that tribe, he's helping himself you see that or you wouldn't have gone to rain's fall behind his back i guess i just keep thinking, there must be a way to save the situation pull dutch out of the place he's in well, i like rain's fall i don't know, arthur, rain's fall is in a tough situation and that's for dutch i gotta try on that at least you feel that? there's rain on the wind i know listen, charles if it goes bad in there you get yourself out you got more to lose no, come on don't start talking like that uh, i didn't tell you before, but i saw it, doctor it's pretty bad it's gonna get worse oh, arthur any day we can die we're riding to break an indian chief's son out of a cavalry fort we could both die tonight in a way it is a gift to know in a way you were lucky sure don't feel like that you still have time to make amends the others Losea, Lenny, Sean, all of them they did it are you alright? I think it's clear you were just talking about something and what about the calendar boys? both killed trying to escape blackwater more vicious pair of basses than never was and that's all they ever were and will be maybe you're lucky you got the chance to to do something better my guess is maybe that's why you're here now either way just keep your head strong we're close now are you alright? yeah, i think so that current's strong up here follow me you were right about the damn rain mm-hmm yeah but might help us with sneaking in there the rain's fault told me there was some retaliation after the meeting with colonel favors some women were taken elders beaten bastards yeah this isn't gonna be nice there it is alright should be fine let's get ourselves hidden wait till it gets dark over here i guess this is it i guess it is let's keep quiet i'm trying to find a way in main thing is that they don't hear us you ready? but come on hopefully we'll be in and out before they can come back around let's deal with those two at the gate first you take one i'll take the other join the army now come on you're a hero you've rained on something dumb i thought we were going to the poor piece i hear there's war brewing over there no you're a hero and we'll get it you know okay i'll be back Es gibt einen Schwerpunkt, direkt über uns. Okay, let's go Good, let's keep moving Wait there Shhh, wait Two more One in the tower, one on the ground Same as before You take one, I got the other Okay Okay, come on Around the back This is the spot Okay, I got the back Dann, hast du einen Schuss auf ihn? Shit. God, shh. Move. Komm schon. Shit. Another guard on the walkway. You got this one? No need to waste an arrow on him. Use your knife. Ah, fuck you. Okay. There's a guard coming. Shit. Okay. Quick, this way. Shit. Another guard on the walkway. No need to waste an arrow on him. Use your knife. Okay. Let's move. Come on. Okay. Come on. Okay. Tick doch schon um. Careful. Good work. Come on. Good work. Come on. Move it. Okay. Pull back while I check the tower. Komm schon. Wir sind gut. Es gibt einen Schrauch im Vorfeld. Du holst ihn. Ich werde ihn zurück. Ich werde ihn zurück. Wir sind hier. Wir werden niemals durch diese Karte kommen. Wir sind auf die Tauer und versuchen, sie zu verabschieden. Wir versuchen, eine Schrauch in die Lantern, vor dem Stack von Wooden. Wir beginnen. Wir sollten einen Schrauch aus dem Weg gehen. Oh ja, nee, ist klar. Fuck you. Och, herrje. Okay, anders. Läuft. Oh ja, nee, 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 nee. Oh, diese Zurückhaltung, ey, die liegt mir ja mal gar nicht gerade. Okay, nochmal. Oh ja, nee, 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 nee. Oh ja, nee, 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 nee. das war das denn jetzt ein ernst er hat ihn gerade abgestockt und gleiche steht gerade wieder auf ist klar das ist mal total klar oh man rockstar er kriegt dem scheiß backen kram in den griff da und Das war's. Gut getötet. Mitten im Kopf. Gleich steht er wieder auf. Pass auf. So ein Schwachsinn. Ach, jetzt bleibt er liegen. Na, was ein Held. Oh Mann. Zombie-Kampf im Vor. Clears the mine. If you say so. Whoa, whoa. I'm fine, I'm fine. We'll have to shoot our way. We'll have to shoot our way. Ah. You're up again. The U.S. Army. Dude. That didn't care me. Let's push up. You're good at it. I'm out. Das war's für heute. 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 Oh, komm schon. Das war's für heute. 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 So, dann... Mein letzter Junge. Mein letzter Junge. Das war's für heute.